Jo, moin moin, willkommen zurück hier ihr Schizzle-Mizzle-Dizzles auf der Insel hier von Forrest. Weiter geht's hier mit unserer Festung, mit unserer Fortbildung. Jo, die Sonne ging auf. Wir sind bereit für eine weitere Version. Von dem Bau von Möbel.de. Spaß. Jo, ihr seht's. Wir haben schon gut angefangen. Bis auf das Häuschen hier. Sieht so ein bisschen jungfräulich aus. Aber das kriegen wir auch schon hin. Dann... Ach, der hat schon wieder Hunger, der Blödmann. Oh, kam ich hier. Komm her. Geh mir um was. Jo. Wie gesagt, also... Thematisiert auf das Gebäude hier. Was ich auf der letzten Folge angesprochen hab. Das könnte ein besoffener oder drogenabhängiger Architekt sein. Total schief. Aber egal. Hauptsache trocken. Regenfest. Ne. Und geschützt. Jo. So. Was ich hier noch weiterbauen wollte. Das ist... Na, eventuell hier noch ein kleines Steg hier auf der Ecke. Schön direkt übers Meer hier rüber. Da wär vielleicht ne coole Idee. Das Problem ist aber, ähm... Das Problem ist aber, ähm... Die Kannibalen. Von nebenan da... Und sich angreifen können. So ein bisschen geschützten Raum sind dann auch. Ja, super. Zu fressen haben wir noch zwei Lohis. Zwei Kannikals. Aber keine Cola. Keine Müsli-Riegel. Jo. Leben ja groß. Dann machen wir ein kleines Feuerchen. Jo. Oh, Lohi. Ey. Ey. Bleib hier, du. Ich will nicht, du Hure. Alter. Bleib doch hier. Hallo. Lohi. Du bist doch schon haarig und pelzig und faulig. Jo. Cool. Am Zaun, ja. So. Geht auf deine Rechnung, ne? Die Reparatur. Jo. Danke. So. Gute Rüstung. Super. So. Kleine Reparaturen hier. Schon mehr was nachgewachsen. Ja, 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 ja. Wie ein Faultier. So. 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 Steine. Ja. Jo. Paransteine. Jo. 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 Neufallsteine. Äh. Moment. Da. Da ist er. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Jo. Survival. Hallo. Bleib doch hier. Hallo. Warum rennt ihr denn weg? Hier geblieben. Hallo. Lohi. Du kriegst auch noch einen Kanal. So. Wir nehmen dich. Survival. So. Bingo. Let's. Let's. Zack. So. Fleisch haben wir genug. Oh. Hm. Da würde ich mal sagen, dass wir mal ein kleines Feuerchen machen. damit der Herr hier auch mal was fressen kann. Dieses verfressene Stück Scheiße. Oder ne? Moment. Moment. Story. Ähm. Wir bauen jetzt einfach mal eine Bank hier hin. Wo ist er da? Wo ist er da? Da. Und Mensch. Bingo. Let's gehen. So. Let's gehen. Am besten. Wo stellen wir den denn hin? Ja. Im Haus rein. ne? Da kommt man beim Wichsen auch besser an, ne? Hahaha. So. Davon brauchen wir noch einen hier. Dann können wir unseren Fisch trocknen. So. Die Bank. Dann stellen wir ihn einfach mal hier hin. So. Jo. Zack. Bingo. Gut. Ähm. Die Rollstühle für Bäume lassen wir einfach mal hier stehen. Da ist Lohi. Ey. Schwulenski. Ich hab dich lieb. Ey. Hier geblieben. Wo willst du denn hin? Hallo. Komm. Komm zu, Fatty. Komm. Komm, komm, komm. Ich bin dein Abraham. Ich bin dein Teppichküsse. Also bleib hier. Ne. Also. Was sagt man da? Jo. Zawall. Muschulurch. Du stinkst. So. Besser als Baby Vita, ne? Von Nawaski. Tomalonski. So. Dann haben wir das jetzt. Am liebsten können die ja zurück zum Flugzeugfrack. Aber alle Köffer hier sind offen. Ja. Osama bin, äh, Lohi hat die Köffer hier ja schon geplündert. Oh, du gehst. Super. Immer gleich mitnimm. Oh, schwer. Lohi, sag mal. Ähm, was ist das hier? Euer Christian. machines. Bis zum nächsten Mal.